Dein Geld, Deine Verantwortung mit Sven Hallo und herzlich willkommen bei Dein Geld, Deine Verantwortung. Mein Name ist Sven und wir schauen uns das Depot-Update für den Monat März für das Venture-Depot an und da gehen wir auch direkt einmal rüber in Portfolio-Performance. Hier sehen wir, wie das Portfolio aktuell aussieht. Die größte Position ist Nvidia mit 17,4%, gefolgt von ASML mit knapp 12% und den FunEgg Gaming ETF. Amazon ist hier auch mit dabei, genauso wie MercadoLibre. Komm direkt, hier ist mein Verrechnungskonto. Dann haben wir noch mit am Start Alibaba, Shopify, die Shop-Apotheke und HelloFresh. HelloFresh ist ja noch nicht allzu lange mit dabei, ist als Ersatz für zu plus in das Portfolio gekommen. Die Performance war positiv zumindest, sagen wir es mal so. Also positive Performance oder der erste Monat dieses Jahr, wo es eine positive Performance gab. Wir können uns das gleich dann auch nochmal genauer angucken. Trotzdem hier mit 2,45% nicht ganz so stark unterwegs, muss man einfach sagen. Die einzelnen Wertpapiere, wir haben die Performed Nvidia mit knapp plus 16%, Amazon mit 8,39%, MercadoLibre mit 7%, Alibaba mit 5%, Shopify mit 3%, ASML mit 2% Und wir haben natürlich auch negative Positionen hier mit dabei, unter anderem die Shop-Apotheke mit minus 3%, der FunEgg Gaming ETF mit minus 12,16% und HelloFresh mit minus 15,05%. Also dementsprechend leider, obwohl Nvidia ja sehr gut zugelegt hatte, ASML hat sich ja nicht ganz so stark bewegt, aber vor allem auch der FunEgg Gaming ETF, der hier an dritter Stelle ist und eigentlich auch weiter vorne sonst noch gewesen wäre an zweiter Stelle, Ja, hat leider diesen Monat überhaupt nicht gut performt. Was bedeutet das bisher? Year to date sehen wir hier minus 13,3%. Der Januar war tatsächlich sehr vernichtend mit minus 11,1%, der Februar dann mit minus 4,8% und jetzt dann zumindest der März mit plus 2,5%. Auch hier können wir nochmal reinschauen, Alibaba die beste Position bisher dieses Jahr. Shopify hat sehr, sehr stark verloren, HelloFresh, die Shop-Apotheke, der FunEgg Gaming ETF, aber auch ASML und Nvidia, die ja vor allem letztes Jahr eine sehr, sehr positive Performance hatten. Insgesamt, wenn ich das jetzt mal vergleiche hier mit meinem Portfolio, das ich für meine Dividendenstrategie habe, da hatte ich zumindest auch im Januar, im Februar zwei negative Monate mit minus 3,4% und minus 5,5%. Da der März etwas stärker gewesen, insgesamt hier bei minus 5,5%, hier stehen wir bei, ja, den minus 13,3%. Das ist natürlich, ja, schon leider etwas sehr vernichtend, sagen wir es mal so. Wir können hier nochmal reinschauen, ne? Ich habe das Portfolio gestartet am, oder im Monat Januar damals im Jahr 2021, also das Portfolio existiert ja auch noch nicht so lange und das führe ich ja als kleines Nebenprojekt eben so ein Stück weit mit. Und da sehen wir schon auch, ja, die gesamte Performance, True Time Rated Rate of Return 1%, der interne Zinsfuss hier bei minus 8,41%, also wirklich nicht berauschend. Wir hatten aber zwischendurch, ne? In Q24, 2021, Höchststand waren 29,81%, was man hier aber wirklich sehr, sehr stark erkennen kann, das Portfolio ist einfach sehr, sehr volatil. Ich kann das auch nochmal hier zeigen, seit dem 01.01.2021 können wir hier auch gerade mal einstellen. Da sieht das Ganze nicht ganz so verrückt aus, ne? Und man muss auch hier, wenn man sich das anschaut, der MSCI World im Vergleich, ja, deutlich, deutlich stärker performt jetzt auch als mein Portfolio in dem Betrachtungszeitraum seit dem 01.01.2021. Die lange Zeit hier relativ gleich auf und dann aber vor allem hier in dieser Phase, wo dann ja auch, ja, Gazprom bei mir im Portfolio bei der Dividendenstrategie veräußert worden ist. Trotzdem, ja, wie gesagt, so, hier zumindest wäre das Portfolio, das 21.11., können wir hier nochmal gucken, 21.11., ja, wäre es auf jeden Fall besser gewesen zu dem Zeitpunkt als mein Dividendenstrategie-Portfolio, aber, ja, ein Ticken schlechter noch als der MSCI World an der Stelle. Man sieht hier ja eine kontinuierliche Aufwärtstendenz in diesem gesamten Zeitraum und hier auch das Portfolio 17,83% gemacht und der interne Zinsfuß hier bei 13,1%. sieht hier eben, ja, nicht ganz so rund aus, aber das war für mich und ist es auch nach wie vor einfach ein wichtiges Experiment, um zu gucken, okay, ich habe da Unternehmen natürlich drin, die jetzt, ja, so ein bisschen auch darunter leiden, dass Zinsen angehoben werden, dass die allgemeine Marktsituation so ist, wie sie aktuell ist, die vielleicht auch etwas gehypter waren, die verschiedenen Unternehmen, ich glaube trotzdem, also sonst würde ich die ja nicht weiterhin in einem Sparplan hier drin haben, wenn ich denken würde, naja, da ballerst der jetzt 25 Euro in den Titel rein und die sind dann halt irgendwie einfach weg, so ist es natürlich auch nicht, 25 Euro sind und bleiben 25 Euro und dann eben auch auf die verschiedenen Titel. Ich habe trotzdem, ja, die Hoffnung und so wie man es jetzt hier auch sieht seit dem 01.01.2021, gerade in sehr positiven Marktphasen performt dieses Portfolio extrem stark, in negativen Marktphasen leider auch nicht ganz so gut. Da könnte man sich jetzt natürlich die Frage stellen, oh, was erwartet uns denn in den nächsten, ja, drei bis fünf Jahren am Aktienmarkt? Ist das eher eine bullische Phase, in der wir uns da bewegen oder tendenziell eher weniger? Also ich persönlich glaube nicht unbedingt, dass wir da in eine bullische Phase reinlaufen, was dann im Umkehrschluss bedeuten würde, dass dieses Portfolio weiterhin ja underperformen wird. Gut, ich sammle ja aber in der Zeit trotzdem weiter Anteile ein und genau das ist der entscheidende Knackpunkt und das ist auch der Knackpunkt bei meinem anderen Portfolio. Für mich ist es ja nicht wichtig, was passiert morgen in meinem Depot. Also natürlich, wenn das Unternehmen jetzt Insolvenz anmeldet oder irgendwelche verrückten Dinge da passieren, dann interessiert es mich natürlich schon, aber mir ist es vor allem wichtig, dass das Portfolio in 10, 15, 20 Jahren deutlich, deutlich stärker dasteht und ich glaube, dass es aus heutiger Perspektive zumindest für mich so ist, dass es eine gute Entscheidung ist, wenn ich weiterhin Anteile eben von diesen Unternehmen aufsammle, weil ich glaube, dass diese Unternehmen in der Welt, die wir dann in 10, 15 Jahren haben, eine deutlich größere Rolle noch spielen werden, als es heute schon der Fall ist. Es sind ja auch ein, zwei Dickschiffe mit dabei. Ich glaube trotzdem, dass in der Zukunft noch mehr da zu holen ist und dass diese Unternehmen in der Zukunft auch trotzdem noch mehr Geld verdienen, als es heute der Fall ist. Wir werden es gemeinschaftlich auf jeden Fall erleben und ich halte euch weiterhin auf dem Laufenden. Also wie gesagt, ich bin auch sehr, sehr froh, dass mein Portfolio, ja, mein Hauptteil des Portfolios sieht man hier ja auch, 79.208 Euro, dass sie definitiv hier liegen, ja, und dann, dass der kleine Teil mit den knapp 3.000 Euro dann dementsprechend hier liegt. Es stört mich aufgrund dieser Verteilung, die ich habe, knapp 80.000 hier und knapp 3.000 Euro da, auch überhaupt nicht, dass dieses Portfolio hier einfach deutlich, deutlich volatiler ist. Ich glaube, das Nervenkostüm könnte durchaus ein anderes sein, wenn die Eurozahlen in den Portfolios vertauscht sind und die, ich sage ich mal, insgesamte Verteilung vertauscht wäre. Im Idealfall ist es ja irgendwann mal so, dass dieses Portfolio hier vielleicht mal 30.000 Euro wert ist und dass hier irgendwann mal, keine Ahnung, 2, 3, 4, 5, 600.000 Euro wert ist, trotzdem, sagen wir mal, von der prozentualen Verteilung und von der insgesamten Nettovermögensverteilung passt das für mich persönlich nach wie vor schon sehr gut, wie es aktuell so ist. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich selbstverständlich sehr darüber freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben dalassen könntet. Falls ihr regelmäßig meine Videos schaut, gerne auch ein Abo dalassen, freue ich mich natürlich auch sehr. und eure Meinung gerne in die Kommentare schreiben. Vielen Dank fürs Zusehen, bis dahin und bleibt gesund, euer Sven.